Im April 2019 verfolgte die Welt mit Schrecken, wie Notre Dame, eines der berühmtesten Gotteshäuser der Welt, Feuer fing. Es handelte sich nicht um ein typisches Feuer. Es zerstörte das Gebäude fast vollständig, ebenso wie die zahllosen Stücke der Geschichte, die darin enthalten sind. Als Experten und Archäologen vor kurzem daran arbeiteten, die gotischen Balken und Bögen von Notre Dame zu restaurieren, wurde unter den Asche- und Schuttbergen eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Was war das für eine Entdeckung und was bedeutet sie für die Archäologie? Sie bleibt bis zum Schluss dran, um alles über die jüngste Entdeckung der Archäologen unter Notre Dame zu erfahren. Die Kathedrale Notre Dame, auch bekannt als Notre Dame de Paris, ist eine historische katholische Kathedrale im vierten Arrondissement von Paris, Frankreich, auf der östlichen Hälfte der Ile de la Cité, Insel in der Seine. Sie ist eines der berühmtesten und ikonischsten Bauwerke der Stadt und gilt weithin als eines der weltweit schönsten Beispiele französischer gotischer Architektur und ist der Jungfrau Maria gewidmet. Die Kathedrale wurde im zwölften und dreizehnten Jahrhundert erbaut und hat zahlreiche Kriege, Revolutionen und andere historische Ereignisse überstanden. Papst Alexander III. legte 1163 nach Christus den Grundstein für die Kathedrale Notre Dame. Notre Dame de Paris hatte zwei Flash, das heißt Holztürme, von denen der erste zwischen 1220 und 1230 errichtet wurde. Er wurde schließlich so stark beschädigt, dass er Ende des 18. Jahrhunderts entfernt werden musste. Eugène Viollet-Leduc, ein französischer Architekt, baute 1859 die zweite. Diese Turmspitze aus dem 19. Jahrhundert war 315 Fuß hoch und damit 59 Fuß höher als die ursprüngliche Turmspitze aus dem 12. Jahrhundert. Berühmt ist sie auch für ihre prächtigen Buntglasfenster und die komplizierten Steinmetz-Arbeiten. In Notre Dame werden auch viele wichtige religiöse und historische Artefakte aufbewahrt, darunter die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll. Die Kathedrale Notre Dame, die seit 1991 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, diente 1804 als Krönungsstätte von Napoleon I. und später als Begräbnisstätte für verschiedene französische Präsidenten. Jedes Jahr besuchen Millionen von Menschen aus der ganzen Welt die Kathedrale, was sie zu einer beliebten Touristenattraktion macht. Am 15. April 2019 schien in Notre Dame de Paris alles in Ordnung zu sein, bis der frühe Abend hereinbrach. Als ein Alarm ausgelöst wurde, stellten die Mitarbeiter fest, dass es irgendwo in der historischen Kathedrale brannte. Nachdem sie alle Personen im Inneren evakuiert hatten, beeilten sie sich das Feuer zu löschen, bevor es sich ausbreiten konnte, nur um festzustellen, dass es nicht dort war, wo sie es erwartet hatten. Das Feuer hatte bereits begonnen, sich unkontrolliert auszubreiten, als sie den Brandherd ausfindig machten. Eine Situation, die sowohl die Verantwortlichen der Kathedrale als auch Experten und Geschichtsinteressierte schon lange befürchtet hatten. Da Teile des Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert stammen, war das Mauerwerk in vielen Bereichen bereits äußerst brüchig. Viele der Dachboden, Turm und Eichenbalken aus früheren Jahrhunderten waren auf dem Dach ausgetrocknet, was die gesamte Kathedrale anfällig für einen verheerenden Brand machte. Im April 2019 war die Möglichkeit eines Brandausbruchs ein großes Problem und die Brandwächter kontrollierten das Gebäude mehrmals täglich. Leider konnten all diese Vorsichtsmaßnahmen nicht verhindern, dass das Feuer ausbrach. Man vermutet, dass die Ursache ein elektrisches Problem war. Die Pariser und der Rest der Welt sahen zu, wie sich die Flammen mehr als drei Stunden lang durch das Dach des historischen Wahrzeichens fraßen. Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, zeigte sich der schwere Schaden, den das Feuer an Notre Dame angerichtet hatte. Etwa zwei Drittel des Daches der Kathedrale waren durch das Feuer zerstört worden und die Turmspitze aus dem 19. Jahrhundert war vollständig eingestürzt. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, durchschlug die Spitze beim Sturz auch noch die Decke des Gewölbes und setzte das Innere des Gebäudes dem Feuer aus. Es war eine totale Katastrophe. Im März letzten Jahres entdeckten Archäologen jedoch eine erstaunliche Fülle von Statuen, Skulpturen und Resten eines alten Lettners aus dem 13. Jahrhundert genau unter dem Boden der Turmspitze, wo das Querschiff in das Kirchenschiff übergeht. Unter diesen zerbrochenen Artefakten fielen ihnen zwei gut erhaltene Bleisärge auf. Die Entdeckung des Sarkophags an der Kreuzung des Querschiffs deutet darauf hin, dass die beiden Personen in ihrer jeweiligen Epoche einflussreich genug waren, um in solch berühmten Gräbern im Herzen der Kathedrale beigesetzt zu werden. Die Entdeckung wurde von französischen Experten als außergewöhnlich und emotional bezeichnet. Bestattungen in Kathedralen haben eine lange Tradition und die Bleisärge sind weitgehend der Elite vorbehalten. Obwohl beide Sarkophage relativ gut erhalten waren, enthielten beide kein organisches Material, da die Löcher Luft ins Innere ließen. Vom 21. bis 26. November wurden die Särge zur weiteren Untersuchung in die Universitätsklinik von Toulouse gebracht, wo sie mit Scannern und Röntgenstrahlen durchsucht und inspiziert wurden. Das französische Nationale Institut für Präventive Archäologische Forschung in Rapp berichtete kürzlich in Zusammenarbeit mit der Universität Toulouse, dass es ihnen nach einer gründlichen Analyse gelungen sei, die Opfer, die Todesursache und ihr Leben zu identifizieren. Die beiden Särge sind sehr unterschiedlich, so die Forscher. Sie haben weder die gleiche Form, noch die gleiche Art des Zusammenbaus, noch die gleiche Legierung, noch das gleiche Alter. Das bedeutet, dass sie aus verschiedenen Schichten und damit aus unterschiedlichen Epochen stammen. Der erste Sarg wurde in einem steinernen Gewölbe etwa einen Meter unter der Erde entdeckt, während der zweite Sarg mehrere Meter tiefer gefunden wurde. Als die Sarge ausgegraben wurden, enthielt einer von ihnen eine Messingplatte, auf der der Name Antoine Delaporte und das Datum seines Todes der 24. Dezember 1710 vermerkt waren. Er war ein bekannter und geachteter Staatsmann, der zu seiner Zeit am Wiederaufbau der prächtigen Kathedrale Notre-Dame mitwirkte. Im Louvre-Museum in Paris befindet sich ein Gemälde des Hohen Priesters von Jean-Jouvenet, das eine Messe in der Kathedrale um das Jahr 1708 zeigt. Der Hohepriester, der Jubilé-Canon genannt wurde, bot gewöhnlich finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau des Chorraums von Notre-Dame an, wie es Louis XVI. versprochen hatte. Der Sarg von Canon wurde mit drei Medaillen begraben, von denen eine nicht mehr intakt war, als sie aus dem Boden geholt wurde. Das Skelett wies kein intaktes Gewebe mehr auf, aber das Skelett sowie das Haar und der Bart waren perfekt erhalten. Delaports Szene schien selbst im Alter von 83 Jahren noch gut erhalten zu sein, was so jemand in seines Alters ungewöhnlich ist. Delaports einziges sichtbares Anzeichen einer Krankheit war sein großer Zeh, der anscheinend durch Gicht geschädigt war. Dabei handelt es sich um eine arthritische Erkrankung, die häufig bei Adeligen auftrat, die übermäßig viel Fleisch, Meeresfrüchte oder Alkohol konsumierten. Der andere Sarg hatte die gleiche Form wie der darin befindliche Leichnam. Der Mann scheint im Alter zwischen 25 und 40 Jahren gestorben zu sein und war angesichts seiner Bestattung eindeutig von Bedeutung. Eine endoskopische Untersuchung ergab eine verwelkende Blumenkrone im Inneren sowie weitere Blätter in der Bauchhöhe. Die Särge wurden von einem biologischen Anthropologen namens Éric Crübesy geöffnet, der feststellte, dass sich der Körper des Mannes in einem sehr schlechten Gesundheitszustand befand. Die meisten Zähne fehlten und die Knochen zeigten Anzeichen von Verletzungen. Einige Merkmale des Skeletts des Mannes lassen Crübesy vermuten, dass er an einer chronischen, durch Tuberkulose verursachten Meningitis gestorben ist. Crübesy glaubt, dass er einen qualvollen Tod erlitten hat. Der zugenähte Schädel deutet darauf hin, dass er im Sterben lag, was durch die bekannten Einbalsamierungspflanzen, mit denen er begraben wurde, unterstützt wird. Überraschenderweise war die Einbalsamierung im mittelalterlichen Frankreich nicht weit verbreitet. Die Einbalsamierungstechnik erreichte ihren Höhepunkt zur Zeit der alten Ägypter. Der Versuch, jemanden im 13. Jahrhundert einzubalsamieren, klingt seltsam. Wer also ist dieser Mann genau? Was war der Zweck seiner Einbalsamierung? War er ägyptischer Herkunft? Auch wenn wir es vorerst nicht wissen, deuten auffällige Bestattungsbräuche darauf hin, dass es sich bei dieser Person ebenfalls um einen Adeligen handelte, der aufgrund seiner Beckenknochen ein Reiter war. Die Forscher nannten ihn Le Carvalier. Crübesy spekulierte, dass dieser Ritter seit seiner Kindheit ein Stirnband trug, um seinen Schädel zu verlängern. In wohlhabenden Kreisen war dies eine gängige Praxis. Der Schädel des Ritters war absichtlich deformiert, da er in den ersten drei Monaten seiner Kindheit ein enges Stoffband um den Kopf gebunden hatte, was die Formveränderung verursachte. In den 1920er Jahren entdeckte der peruanische Archäologe Julio Teo, der als Vater der peruanischen Archäologie bekannt ist, Hunderte von verlängerten Schädeln der Paracas-Kultur aus der Zeit von 750 v. Chr. bis 100 n. Chr., die seitdem im gesamten Nahen Osten und in Asien entdeckt wurden. Es ist weithin anerkannt, dass die Schädelbandagierung und die damit einhergehenden, vergrößerten Schädel Machtsymbole der Herrscherfamilien in verschiedenen Ländern waren. Doch lange nachdem der Brauch in Peru ausgestorben war, wurde er in der westfranzösischen Provinz de Sèvres noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts praktiziert. Auch hier war der Brauch ein Machtsymbol der gesellschaftlichen Eliten, wurde aber auch von Familien mit niedrigerem Status übernommen, die ihre Kinder mit höheren sozialen Schichten in Verbindung bringen wollten. Die INRAP-Experten beabsichtigen, die beiden Leichen weiter zu analysieren, um mehr darüber zu erfahren, wer sie waren und wie sie lebten. Doch so faszinierend diese Personen für Wissenschaftler und Historiker auch sein mögen, in Frankreich stehen die Menschenrechte an erster Stelle. In Särgen entdeckte Leichen gelten nach französischem Recht nicht als archäologische Relikte, sondern als Überreste, die mit Respekt behandelt werden müssen. Das INRAP-Team beabsichtigt, sich an diese Gesetze zu halten und die Überreste nach Beendigung ihrer Arbeit wieder in einem ruhigen Umfeld zu bestatten. Am Tag nach dem Brand gründeten Léritier und der Kunsthistoriker Arnaud Ibert von der Université de Bretagne Occidental in Quimpe, Frankreich, die Vereinigung der Wissenschaftler. Heute gehören der Gruppe über 200 Wissenschaftler an, darunter Geologen, Archäologen und Ingenieure. Ziel der Vereinigung ist es, die Arbeit von Experten aus verschiedenen Fachbereichen zu koordinieren, Wissen auszutauschen und sich für die wissenschaftliche Erforschung der Kathedrale einzusetzen. Léritier, der sich mit antiken Metallen befasst, ist neugierig auf die Verwendung von Eisen in dem Bauwerk, insbesondere auf die Verwendung von Eisen in den Steinmauern und in den Zimmermannsarbeiten, die das Dach stützen. Da bei der Renovierung im 19. Jahrhundert die Struktur mit Eisen ergänzt wurde, werden die Forscher nach mittelalterlichem Eisen suchen, das beim ursprünglichen Bau verwendet wurde. Der Brand hat es den Forschern ermöglicht, Teile des Gebäudes zu untersuchen, die zuvor unzugänglich waren. Die Wissenschaftler haben gemeinsam Pläne ausgearbeitet, um die Geschichte der Kathedrale und die Auswirkungen des Brandes auf die Umwelt in der Stadt zu untersuchen. Einige werden sogar untersuchen, was die gealterten Materialien der Kathedrale über den Klimawandel verraten können. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr wisst. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr wisst. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr wisst.